Ich habe die letzten Monate damit verbracht, verschiedene Stützstrukturtechniken auszuprobieren, um die besten Methoden und Tricks herauszufinden. In diesem Video zeige ich euch, was gut funktioniert hat und was man eher lassen sollte. Von der Konstruktion eigener Stützen, Breakaway-Filamenten, hin zu löslichen Support-Materialien und einem spannenden Trick, wobei eine Schicht-Permanent-Marke als Trennmittel aufgetragen wird. In diesem Video ist für jeden eine passende Lösung dabei. Lasst uns daher direkt loslegen, hier bei Yantec. Dieses Video wird unterstützt durch PCBWay. Stützstrukturen werden benötigt, wenn das zu druckende Bauteil sehr lange Brücken, freischwebende Komponenten oder Überhänge größer 45 Grad hat. Das kann man ganz schön an diesem T sehen, bei dem die 90 Grad Überhänge einfach ins Leere fallen. Bei modernen Druckern mit optimierter Bauteilkühlung wird oft auch angegeben, dass der Drucker Überhänge größer 45 Grad drucken kann. Die Schwelle, ab wann Stützen notwendig sind, lässt sich daher am besten mit entsprechenden Testdrucken oder durch einfaches Ausprobieren bestimmen. Sind wir mal ehrlich, klassische, automatisch generierte Stützstrukturen machen einfach keinen Spaß. Leider kommt man jedoch je nach Konstruktion des Bauteils einfach nicht drumherum. Teilweise kann es sehr schwierig sein, die Stützen zu entfernen und die Gefahr, das eigentliche Bauteil bei dem Versuch zu zerstören, ist auch nicht gerade gering. Zudem ist es häufig sehr zeitaufwendig und die Kontaktfläche zwischen Bauteil und Stütze ist sichtbar und unschön. Es gibt also zahlreiche Gründe, die klassischen Supports zu optimieren. Daher zeige ich im Folgenden verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, Stützen zu vermeiden und diese so zu optimieren, damit sie sich leichter entfernen lassen. Nutzt gerne auch die Kapitel in der Videobeschreibung, um im Video zu sprengen. Beginnen möchte ich mit der Optimierung von klassischen Stützstrukturen durch Software. Durch die Weiterentwicklung von Slicern wie Cura und Prusa Slicer wurden die Tree Supports von Prusa dann als Organic Supports eingeführt. Diese haben ihren Namen, da sie wie Äste eines Baumes am Bauteil hochklettern und so viele verschiedene Punkte stützen. Ich erinnere mich noch daran, als die Organic Supports frisch im neuen Prusa Slicer 2.6 kamen und ganz Twitter voll mit beeindruckenden Drucken war. Der Trick hinter dieser Art von Stützen ist, ganz grob zusammengefasst, dass die Bäume in sich sehr gut zusammenhalten und jeder Ast nur eine kleine Kontaktstelle zum Bauteil hat. So können diese in der Regel ganz einfach in einem Stück entfernt werden. Die Kontaktstelle sieht danach auch ziemlich gut aus. Ich verwende Organic Supports in der Regel mit dem Aufmalfeature im Prusa Slicer. Hier empfiehlt es sich, das automatische Aufmalen zu testen und dann unnötige Stellen zu blockieren. Gerade für Figuren macht diese Art von Stützen sehr viel Sinn, auch wenn sie natürlich nicht alle Challenges lösen, gerade bei internen Stützen, die sich händisch nur schwer entfernen lassen. Meiner Meinung nach haben die Organic Supports etwas sehr Ästhetisches und man möchte sie teilweise gar nicht entfernen. Vor allem gedruckt aus einer anderen Farbe, was ich hier nur für Demo-Zwecke gemacht habe, sind die Modelle schön anzusehen. Ich denke an dieser Stelle sollte man auch kurz über die Konstruktion an sich sprechen. Damit meine ich zunächst ganz allgemein, dass in vielen Fällen der Bedarf für Stützstrukturen durch cleveres Design umgangen werden kann. Es gibt verschiedene Tricks. Einer meiner Lieblingstricks ist dieser hier für freischwebende Löcher. Dabei werden 0,2 mm dicke Stäbe hereinkonstruiert, die das Loch stützen und verhindern, dass der Drucker in die Luft druckt. Im Internet gibt es diverse Anleitungen und Tipps, wie diese hier von Hydra Research, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ein anderer Aspekt in Bezug auf Design ist das Konstruieren von Stützen. Ich gebe zu, das ist nicht ganz einfach und erfordert etwas mehr Erfahrung, erspart jedoch gerade anderen, die die Modelle herunterladen, viel Arbeit beim Slicen. Ein Beispiel sind die Druckteile für den Positron 3D Drucker. Hier sind alle Stützstrukturen bereits in die Modelle hinein designt. Das stellt sicher, dass Nutzer, die die Teile herunterladen, nicht versehentlich zu viele oder zu wenige Stützen hinzufügen und so die Geometrien und Optik nicht mehr ganz stimmt. Wenn ihr Inspiration bekommen wollt, wie man selbst Stützen konstruieren kann, empfehle ich euch das Tutorial von Desktop Makes und einen Blick auf die Druckteile von Redrick, OpenScan und wie gesagt Positron zu werfen. Wenn man einen Drucker mit Multiplexing-System wie dem MMU3 oder AMS besitzt oder sogar einen Toolchanger-Drucker wie dem ProsaXL hat, lassen sich die Stützen aus einem anderen Material drucken. Auch wenn das die Druckzeit erheblich erhöht, kann es gerade bei komplexen Geometrien sehr sinnvoll sein. Neben löslichen Filamenten, auf die ich gleich im Detail eingehen werde, bieten sich auch sogenannte Breakaway Supports an. Einige Hersteller bieten dafür besondere Filamente an, die sich dann, wie es der Name schon sagt, besonders leicht vom Bauteil abbrechen lassen. Je nach Basismaterial ist es aber nicht immer nötig, solch ein Sonderfilament zu kaufen. Um das Thema näher zu untersuchen, habe ich in der Vergangenheit verschiedene Materialkombinationen getestet und mithilfe meines Zugversuchs quantitativ untersucht, welche Filamenttypen gerade noch schlecht genug aneinander haften, um sie als Stützen zu verwenden. Besonders gut funktioniert hier die Kombination PLA-PETG, bedeutet ein PETG-Bauteil mit Stützen aus PLA oder andersherum. Auch das Sondermaterial PP könnte gut mit Stützen aus PETG funktionieren. Zum Testen habe ich diese Kette konstruiert, ihr findet sie mit all meinen anderen Testmodellen ab sofort auf Printables. Im Prusa-Slicer habe ich die Soluble Full Option ausgewählt, wodurch die Kette aus PETG und die Stützen vollständig aus PLA gedruckt werden. Der Druck verlief perfekt. Die PLA-Supports haben gerade noch gut genug am PETG-Teil gehaftet, damit alles problemlos zusammen gedruckt werden konnte. Das Entfernen ging wirklich leicht, ich habe unter 30 Sekunden gebraucht. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Stützen aus einer anderen, gut unterscheidbaren Farbe drucken kann, wie hier mit Grün auf Grau, und so genau identifizieren kann, was Support ist und was zum Bauteil gehören soll. So lassen sich auch kleine, übergebliebene Fäden schnell erkennen und entfernen. Es gibt auch die Option Soluble Interface im Prusa-Slicer, wodurch nur wenige Schichten an der Kontaktstelle zum Bauteil aus dem anderen Material gedruckt werden. Das kann je nach Bauteil die Anzahl an Tool-Changes und damit die Druckzeit signifikant verringern. Auch das habe ich ausprobiert, leider haben jedoch PETG und PLA hier zu gut aneinander gehaftet. Ich schätze, dass man die Einstellungen etwas anpassen müsste. Bevor wir mit löslichen Stützmaterialien weitermachen, möchte ich mich kurz beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Das ist mal wieder PCBWay. Mit PCBWay könnt ihr eure Projekte in die Realität umsetzen. Hier habt ihr nicht nur die Möglichkeit Leiterplatten zu bestellen, sondern könnt auch die verschiedensten Bauteile fertigen lassen. Von 3D-Druck über CNC-Machining, bis hin zur Blechbearbeitung und Spritzguss in einer breiten Palette von Materialien. PCBWay macht es möglich. Seit gut einem Jahrzehnt genießt PCBWay das Vertrauen der Maker-Community und das aus gutem Grund. Sie bieten schnelle Lieferzeiten, unschlagbare Preise und eine beeindruckende Expertise. Macht euch doch einfach selbst ein Bild auf PCBWay.com. Nun weiter mit löslichen Stützstrukturen. Auch hierfür wird ein Multimaterial oder Toolchange-Drucker wie der Prusa XL benötigt. Vor ein paar Monaten habe ich Hips-Filament getestet. Ihr findet ein ausführliches Video zu diesem Filament auf meinem Kanal. Da Hips mit ABS kompatibel ist und es sich außerdem in Limonäen vollständig auflösen lässt, wird es häufig als Stützmaterial für ASA und ABS empfohlen. Das habe ich natürlich ausprobiert und mir im Internet solch eine Flasche Limonäen gekauft. Neben ein paar anderen Testdrucken habe ich das Modell Gyrodi-Dodo von Virtox ausgedruckt. Dabei handelt es sich um 5 solche ineinander verschachtelte Dodecaeder, die sich drehen können. Das Spannende an diesem Modell ist, dass es sich quasi ausschließlich mit löslichen Supports herstellen lässt, da es im Grunde unmöglich ist, die inneren Stützen per Hand zu entfernen. Leider sind meine Versuche mit Hips als Stütze gescheitert, da sich auch das verwendete ABS zu teilen gelöst hat und so sehr brüchig wurde. Das Testmodell ist einfach in meinen Händen zerbröselt. Weitere Details findet ihr in meinem Video zu Hips. Eine andere Option ist Filament, das sich in Wasser lösen lässt, wie PVA oder BVOH. Das ist erstmal sehr interessant, da keine besonderen Chemikalien wie Limonäen benötigt werden. Allerdings gibt es auch Nachteile. Das Material ist natürlich stark hygroskopisch, muss daher permanent trocken gehalten werden, was gerade bei längeren Drucken schwieriger werden kann. Vor ein paar Monaten hat mich die Firma Xionie angeschrieben. Sie machen spezielles Stützmaterial und sind damit im industriellen Bereich wohl schon sehr bekannt. Das Sortiment von Xionie umfasst verschiedene Stützmaterialien, die jeweils für verschiedene Materialtypen optimiert sind. Die Stützen lassen sich im Anschluss in einem speziellen, warmen Waschmittel lösen. Dafür gibt es ein Set aus einem Eimer, Heizstab und Zubehör. Den Preis von etwa 105 Euro finde ich vergleichsweise gering, da das Set recht umfangreich ist. Also habe ich mich wieder etwas herangetastet und zunächst zwei Testmodelle aus PETG mit dem Xionie VXL90 Stützmaterial gedruckt. Nachdem alles gut aussah, war es wieder Zeit für die ultimative Challenge, Gyrodi Dodo. Hierfür habe ich wieder Nobufill ABS-X verwendet. Nach 19 Stunden Druck konnte ich das Bauteil vom Druckbett nehmen. Dann bin ich der Anleitung gefolgt und habe zunächst das Lösemittel, welches als Pulver kommt, in 10 Litern Wasser gelöst. Dann werden die Bauteile in den Eimer gelegt. Dieser Heizrührstab mit integriertem Timer heizt das Becken dann auf die eingestellte Temperatur auf und sorgt gleichzeitig für einen Strudel. Ich habe zunächst die empfohlenen drei Stunden eingestellt, musste dann aber feststellen, dass die Stützen noch nicht vollständig gelöst wurden. Also habe ich die Bauteile eine weitere Stunde in der Lösung gelassen. Auch wenn immer noch kleine Rückstände zu sehen waren, habe ich die Teile schließlich nach etwa viereinhalb Stunden herausgeholt und unter fließendem Wasser abgespült. Die Teile sehen an sich gut aus, leider wurden die Stützen jedoch nicht zu 100% gelöst. Das könnte daran liegen, dass 10 Liter einfach nicht für alle Bauteile gereicht haben, da hier nur etwa 180 Gramm Stützen auf einmal gelöst werden können. Mein Testdruck funktioniert dennoch einwandfrei und ich bin sehr glücklich, endlich einen funktionierenden zu haben. Insgesamt ist mein erster Eindruck vom Xionier-Stützmaterial gut, auch wenn der Prozess des Auflösens zunächst etwas kompliziert wirkt. Wenn ihr wollt, dass ich ein ausführliches Video dazu mache, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Zurück zu klassischen Druckern mit einer Düse, bei denen man die Stützen nicht einfach aus einem anderen Material drucken kann. Bei meiner Recherche habe ich einen sehr spannenden Post im Prusa-Forum gefunden. Der User Tumblebeer hat dort eine Modifikation für den Prusa i3 MK3 geteilt, wobei mit einem Permanentmarker eine dünne Trennschicht an der Verbindungsstelle zwischen Stütze und Bauteil aufgetragen wird. Auch wenn es vielleicht etwas aufwendig ist, den Drucker mit solch einer Erweiterung auszustatten, sind die Erkenntnisse aus diesem Projekt ziemlich interessant. Die Idee, eine Trennschicht auf die Verbindungsstelle aufzutragen, gefällt mir und ich sehe viel Potenzial auch für andere mögliche Trennmittel. Gerade bei großflächigen Stützen kann es Sinn machen, ganz einfach händisch eine Schichtmarke aufzutragen. Dafür werden die Stützen ohne Separation Gap direkt an das Bauteil gedruckt, durch eine Druckpause wird der Stift aufgetragen. Das Ganze bietet zwei große Vorteile. Die Stützen lassen sich sehr leicht entfernen und die Kontaktfläche, also in der Regel die Unterseite, wird sehr glatt und dadurch maßhaltig. Um den Trick mit quasi jedem Drucker anwenden zu können, muss einfach nur die Top Contact Seed Distance auf 0 gestellt werden und über Rechtsklick auf dem Slider an der gewünschten Stelle eine Druckpause eingelegt werden. Hier kann noch eine individuelle Nachricht eingegeben werden. Meine Versuche haben sehr gut funktioniert. Es gibt noch viel zu testen, gerade in Bezug auf verschiedene Filamentarten und Trennmittel. Wenn ihr Interesse daran habt, mache ich gerne noch ein separates Video zu diesem Trick. Nun kommen wir zu ein paar weiteren Ansätzen, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Zum einen wäre da nicht planares Drucken. Auch wenn Mehraxdrucker wie der Rodbot oder das Open5x-Projekt sehr spannend sind, sind solche Drucker leider noch nicht sonderlich zugänglich. Michael Wittrich von der ZHAW School of Engineering forscht daher auch viel im Bereich nicht planares Drucken mit Standarddruckern. Dafür werden die E3D Belt Nozzles auf Druckern wie dem Prusa Mini oder dem Trilab Delta Drucker und spezielle Slicer-Modifikationen verwendet. Kürzlich wurde auch ein Paper zu dem Thema veröffentlicht, das die Anpassung von konventioneller Toolpath-Generierungssoftware für die Verwendung in Curved Layer FDM beschreibt. Ich empfehle euch, bei Interesse an diesem Projekt Michael auf X zu folgen und das Paper zu lesen. Ein weiterer, anderer Ansatz zur Vermeidung von Supports sind Arc-Overhangs. Hierzu empfehle ich euch das Video von CNC Kitchen. Schreibt mir gerne eure Tipps und Tricks in die Kommentare und lasst mich wissen, was ihr aus dem Video mitnehmt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und eure Unterstützung. Hier könnt ihr weitere Videos von mir ansehen und den Kanal abonnieren.